hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft bedwars auf den cytoxian server dabei sind dabei sind kevin schlau, defindus und dupikaus und wir spielen zusammen bedwurst okay dann go go ok koordiniert und ich bin ein shader auf den einfach auf den kompass okay wo gehen wir rein bei 4x4 ich komme nicht auf die ich kann hier auf die villager zu greifen ich schon nein ich kann auch nicht auf die 17 nicht auf die 60 doch 60 server 60 das alle drauf wir gehen blau wieder da ist schon eine trenne ich habe extra geguckt okay wir sind alle in einem team das passt super mario super mario ist so 1 wir können ja auch so einteilen dass jeder irgendwas mitbauen okay ihr habt keine sachen ihr habt einfach nur level ja das wird unten in der level anzeige angezeigt praktisch und es gibt nur einen villager ja geil jetzt kackt skype super guck mal wie geil die map aussieht aber das ist nicht mein internet und wenn man sich was gekauft bleiben die anfänger auf dem server gehen die weg weil es ist ja wie material wenn du auf dem komisch schon mal gespielt hast materialien ja auch weg also so hier ist eine kiste tun über schlüssiges material rein ich mache schon mal ein level 2 schwert wenn man stirbt was ist da da verlierst du glaube ich die hälfte erst mal bett ihr einbauen kräftigen stein bringt je zehn material nein so wir müssen das bett zu bauen richtig tüftig ja dann baut du halt aber ich ein bisschen nach oben pass auf da guckt jemand tagiert jemand ja noch weiter hoch was schon ich mach das wäre so geil wenn ich das irgendwie als au text so hinten dran schneiden würde macht sich schon jemanden bogen oder ok ich mein bogen der weg zur mitte ist gesichert also wir sind der erste kollege ich habe einfach die ganze zeit so und dann kommt dann auch über diese leute die ganze ich möchte noch vier ich mache mir jetzt ein level 1 bogen das heißt ich passt auf da könnte gleich bald jemand kommen könnt ihr schon den blog eingebaut sehr gut ich habe mir doch ordentlich ausgerüstet das heißt so ich muss ich hab jetzt da kommt jemand da kommt jemand nein ich bin tot ja halbes herz auch man ich habe voll viel verloren material wird auch man verliert auch glaube ich nur die hälfte davon ich weiß nicht ja ich hatte ich habe jetzt nur hatte 50 jetzt wo ich gespawren bin ich habe immer noch kein bogen also internet ist nicht so gerade das beste ne alter ihr leckt alle übel außer kevin und wenn man ziehen also bei finders nur bei japan oder wer ich habe 305 materialien aus der mitte ja dann wollte ich mir jetzt auch ordentlich was am besten wäre ein bogen mache ich auch vielleicht kann ich mir sogar gleich schon ein passern bogen holen ok ich habe gerne also ich bin gut ausgerüstet jetzt muss ich mir den bogen level 2 aber ich bräuchte noch ein paar materialien mehr essen zu kaufen da kommt er noch ich habe jemand runter geholt aber ich mache mir die shader aus die nerven also ist er beim nerven der trader weil die so naja die bänden halt ich würde gerne auf nein ich habe 200 materialien ich habe macht den bogen level 1 ja sehr schön pass auf wenn du wort ist abgeschossen ich werde nicht ich gehe nicht da in die mitte weil ich den geilen bogen habe ich habe ich material ich habe aus und ihr könnt gar nichts level 2 250 ehrlich mal jetzt level 2 sehr schön noch mal wo der traut sich jetzt erst mal er traut sich doch mutiger kerl ist doch noch mal getötet so ein ab du bist also du kriegst am ende richtig viele punkte glaube ich das war nicht wie das hier ist gerne zu jemand bitte in die mitte der keine sachen hat oder so ich bin raus bist du tot ich habe da nur ein level 2 bogen also also ich weiß braucht ihr hilfe da drüben man jetzt habe ich den gekillt genau nachdem er dich gekillt hat dann also von der bombe baut sich jemand zu uns ja dann kommen rüber sofort kommt jetzt schnell ok ich habe schon voll viele umgebracht aber der bogen level 3 ist nicht so sinnvoll der hat nur schlag ich mache mir zum gold drauf naja so schlimm ist schlag auch nicht aber es ist jetzt nicht so dass man unbedingt schlag bräuchte ja was ist denn ich lege in die kiste falls jemand braucht ich brauchen ja eh nicht gerade wollen wir uns zum blau rüber gehen was halt denn hier davon weil hier dumm rumzustehen bringt einfach nichts die bates zu verteidigen ach so stimmt ich habe auch noch keine gute nahkampfwaffe danke dass mich daran erinnern ich habe ich habe sie da will eins und tut eure ganzen anderen sachen die ihr nicht mehr braucht in die truhe ich darf sie mit tollen weißes schwertern und so rumlauft ich habe nicht mehr viel mit der realen dann kann ich mehr zu blau da links hoch ich habe den weg hoch ab und benutzt mich eigentlich den weg gegen uns gebaut haben eben die wollen doch schon so freundlich machen sich einen weg für uns gebaut ok vorsichtig ist mein gotter da hinten wenn ich mal die kommen pass auf pass auf der schieß der schießt ich hab's doch gesagt ich hatte ihn nicht so ich hatte nur level 2 bogen auch nur egal okay da ist jemand tot der bogen hatte ach nein warum laufe ich denn hier hoch ohne gescheite spitzhacke was mache ich denn ich noch mehr ich will die spitzhacke kevin da nicht doch ohne rüstung hochgehen die rüstung ist doch voll billig wenn ich runter geschubst werden sie vorbei also ja im nahkampf was drin oder ich gehe wieder okay wieder nächsten getötet und die haben alle verlieren alle dauernd ihre bürgen er hat jemand 400 level okay eben nicht weil ihr euch eine enderperle machen können aber weißt du nicht dass es ein bisschen teuer ist bei 400 level eine enderperle sind wollen wir rüber gehen der hat nicht viel einer gut da kommt noch drei andere nein jetzt nicht mehr aber wir konnten hier wenigstens die base erobern ich habe mir level 1 bogen gemacht ich hänge hier in dem in der scheiß spinnens jetzt helft mir doch mich aus dem spinnens mich einbauen oder das passt auf da kommt jemand jetzt gehen wir rüber die haben alle so schnell noch einer nur noch einer der noch was hat und dann haben nichts mehr dann wollen wir rüber sind euch steine mit dann ihr euch eine basis bauen sind wenn wir nicht das herr bot denn wo werde ich dann überhaupt abgeschossen von den fragezeichen block und grün konnte jetzt eigentlich in unsere base gehen schafft aber nicht deswegen werde ich immer ein dabei lassen bei uns denn ich habe mich auch schon weg so reier pfeil ohne an der hinten an der pfeile achtung 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 die haben mich nicht gesehen habe ich nicht gesehen man geht mir dann nach kann freuen was seid denn ihr für lappen eigentlich 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 jetzt kommt doch mal was macht ihr denn wo seid ihr denn einmal soll ich nicht kommen jetzt geht doch mal okay wir haben sie zerstört sehr gut wir haben sie alle umgebracht kommt in die base zurück kommt zurück da kommt jemand ich habe nur einen ich habe nur zwei herzen du stellst er schon inzwischen was kommt zurück ja ich kann mir welche kaufen okay denn der eine ist fast tot nein ich bin tot ich bin auch tot man scheiße verdammt du kannst es durch stimmen lieber ich glaube ich muss nur an dich glauben na gut dann was das von dieser folge mache ich jetzt erst mal ein cut sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei einer neuen runde bad wars ciao